GIGAZET hat zwei neue Smartphones auf den Markt gebracht. Heute schauen wir uns das GS4 an, das mit dem Prädikat Made in Germany wirbt und für 229 Euro erworben werden kann. Vorab ein kleiner Disclaimer. GIGAZET hat uns das Testgerät kostenlos zur Verfügung gestellt. Es bestehen keinerlei Absprachen und es wurden uns auch keinerlei Vorgaben gemacht, wie unser Produkttest auszusehen hat. Das GS4 überzeugt durch ein elegantes Design. Das uns vorliegende Modell in der Farbe Deep Black wurde mit kupferfarbenen Elementen aufgewertet, so beispielsweise der Powerbutton, der GIGAZET Schriftzug auf der Rückseite und die Umrandung des Fingerabdrucksensors. Auf der Rückseite findet man das Triple Kameramodul bestehend aus dem 16 Megapixel Hauptsensor, einem 5 Megapixel Weitwinkel und einer 2 Megapixel Makrokamera. Ein optischer Zoom ist nicht vorhanden. Weiterhin versteckt sich unter der Glasrückseite ein 15 Watt Wireless Charging Modul. Nachteil dieser Glasrückseite, das Gerät liegt recht rutschig in der Hand und es zieht auch Fingerabdrücke magisch an. Auf der Vorderseite wartet das 6,3 Zoll große Full HD Plus Display mit einer Pixeldichte von 410 ppi und einer Helligkeit von maximal 450 Candela. Beim Prozessor handelt es sich um einen Mediatek Helio P70, einen Prozessor aus dem Jahre 2018. Weiterhin sind 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB Festspeicher verbaut. Mittels Speicherkarte kann dieser dann auf bis zu 512 GB erweitert werden. Außerdem finden zwei SIM-Karten im Gerät Platz. Der Akku fasst 4300 mAh, der über Wireless Charging mit 15 Watt aufgeladen werden kann. Eine Besonderheit an der Sache, der Akku kann vom Kunden auch selbst getauscht werden. Und das im Jahr 2020. Per Kabel kann mit 18 Watt aufgeladen werden. Leider liegt im Lieferumfang nur ein 10 Watt Ladegerät bei. Außerdem ist NFC, Bluetooth 5.0 und eine Benachrichtigungs-LED an Bord. WLAN-AC, eine 3,5 Zoll Klinkenbuchse und USB-Typ C Anschluss als USB 2.0 runden das Paket ab. Als Betriebssystem kommt Android 10 mit dem Sicherheitspatch von September 2020 zum Einsatz. Hierzu später nochmal mehr. Kommen wir zur Qualität. Das Smartphone ist sauber verarbeitet, die Tasten haben einen festen, ordentlichen Druckpunkt. Die Endmontage der Geräte findet in Buchholz in Nordrhein-Westfalen statt. Ebenso werden Verpackung und Zubehör direkt in Deutschland gefertigt. Dies ist auch die Besonderheit, weswegen das Prädikat Made in Germany auf dem Gerät zu sehen ist. Die Leistung des Smartphones reicht für Anwendungen wie Social Media, E-Mail, YouTube, Telefonieren oder den Schnappschuss einfach mal so am Tag absolut aus. Für Spiele hingegen ist das Gerät zu langsam. Das Display ist für diesen Preisbereich tatsächlich ein Hingucker. Es ist schön hell, ausreichend scharf, groß und Blickwinkel stabil. Die Hauptkamera macht insbesondere bei günstigen Lichtbedingungen ansprechende Fotos. Die AI-Unterstützung, die da groß beworben wird, schadet jedoch eher als dass sie nützt. Im vorhandenen Pro-Modus lässt sich dann noch ein bisschen mehr rausholen. Die Frontkamera ist allenfalls Durchschnitt. Aber es gibt auch mal wieder Kritik. Denn wo wir gerade bei der Kamera sind, dieses Kamera-Setup ist aus unserer Sicht eher auf Marketingzwecke ausgelegt. Die 2 Megapixel Makrolinse bietet ehrlich gesagt keinen Mehrwert, da die Bilder höchstens noch auf dem Smartphone-Display einigermaßen gut aussehen. Der Weitwinkel hat dann zwar 5 Megapixel, aber die Bilder wirken oft zu plassen. Auch haben wir es nicht geschafft, die Weitwinkellinse im Videomodus zu verwenden. Ehrlich gesagt, aus unserer Sicht hätte man auf diese beiden Linsen gedroht verzichten können. Der Klang der Lautsprecher ist ebenfalls eher unterer Durchschnitt. Alles über 70% Lautstärke klingt einfach nicht mehr gut. Aber die Lautsprecher werden recht laut. Probleme gab es auch bei WLAN und Bluetooth. Nach Verbindung eines externen Speakers brach uns die Geräteleistung regelrecht ein. Außerdem wurden wir alle paar Minuten aus dem WLAN geworfen und mussten erst einmal das WLAN am Smartphone deaktivieren und wieder aktivieren. Hier scheint es also noch deutliche Software-Probleme zu geben. Bleiben wir auch dann gerade bei der Software, denn Android 10 mit Sicherheitspatch September 2020 ist auf diesem Gerät installiert. Ehrlich gesagt hätten wir Android 11 mit einem aktuelleren Sicherheitspatch erwartet. Ob dann Android 11 tatsächlich nachgeliefert wird, war zum Zeitpunkt der Produktpräsentation noch nicht klar. Ehrlich gesagt finden wir das schade. Denn das GS4 ist ein wunderbarer Alltagsbegleiter und ermöglicht dank NFC auch noch das bargeldlose Zahlen. Hier sollte Gigaset endlich nachziehen und neben einer Update-Garantie auch monatliche Updates bringen. Das wäre sicherlich ein gutes Kaufargument mit dem sich der Hersteller von der chinesischen Konkurrenz abheben könnte. Made in Germany, Datenschutz nach Datenschutzgrundverordnung, monatliche Sicherheitsupdates und zwei Jahre Update-Garantie. Würde uns sehr gut gefallen. Ehrlich gesagt könnte man dann auch auf diese unnützen Marketing-Kameralinsen verzichten. Kommen wir zu einem Fazit. Gigaset hat mit dem GS4 wieder einmal vieles richtig gemacht. Die Leistung ist für die täglichen Standardanwendungen ausreichend, der Akku hält recht lange, das Display ist gut, die Hauptkamera macht bei guten Lichtbedingungen akzeptable Bilder. Und man spendiert dem Gerät einige nette Funktionen wie Wireless Charging, Bluetooth 5.0, NFC, die Dual-SIM-Fähigkeit und dann noch den Micro SD-Karten-Slot. Die Kritikpunkte hingegen sind überschaubar. Wenn es Gigaset jetzt noch schafft, ihre CA-Update und Softwarepolitik sowie diese Softwarefehler auszubessern und zukünftig dann auch gerne auf diese Marketing-Kameralinsen verzichten kann, dann hat der deutsche Hersteller tatsächlich die Möglichkeit im Smartphone-Bereich Fuß zu fassen und sich dort auch dauerhaft zu etablieren. Wer also jetzt für weniger als 230 Euro ein solides Smartphone sucht und mit den genannten Kritikpunkten leben kann, der sollte sich das Gigaset GS4 unbedingt näher anschauen.